bonjour meine lieben gamifreunde und ratatouille fans es freut mich sehr dass ihr wieder eingeschaltet habt und remy ist auch schon ganz ungeduldig ja der popo juckt ein bisschen ja aber er hat auch lange auf euch gewartet und jetzt geht weiter übrigens habe ich dort was gesehen und ja es ist richtig da verbirgt sich also höchstwahrscheinlich ein stern dahinter im ofen als es überhaupt ein stern ist aber irgendwas leuchtet da vielleicht ist es nur käse stück aber nicht käse dreht sich das dreht sich nicht sondern leuchtet bleiben wir gespannt aber erst mal kümmern wir uns um das träum schon hier den wunderschönen gemüsetraum also gute nacht und träum süß möchtest du gemüsespringen betreten ja ich will schnüppel schnüppel und karotten frische karotten und gülkchen und tomaten gesund und lecker erreiche das ende des levels um deine belohnung zu bekommen die nahrungsmöglichkeiten sind grenzenlos grenzenlos von gülkchen zum rotkohl der schief geschnitten wurde und ja da war bestimmt ein lehrling am werk er muss das noch lernen hoch wohl schief geschnitten ist es gar nicht ne es ist einfach nur es hängt schief es rotiert schief großartig alles gut alles gut gülkchen karussell und hopp das sehe ich keine sternchen hier aber schon also auf zum nächsten gülkchen karussell so jetzt sind wir durch auf zur karotte und von der karotte zur zwiebel war ein bisschen zu früh abgesprungen worden fast und zu den wilden champions rasende champi doch noch gestopst ach du liebe zeit ist das passiert war mir sicher ich bin dort sicher war ich nicht ist das passiert ich war doch hier aber egal wir haben ein stück käse sie haben mir bisher gute dienste geleistet würdchen fahr mich dort und wieder zu von scheibchen zu scheibchen an die wilden tomaten scheibchen jetzt oh man da müssen wir mal gucken was ist denn da wie weit geht es da rutscht es sich sehr gut vorsichtig ok 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 ja großartig ich bin ich bin ich bin begeistert es hat doch gut geklappt oh da wurden wir veräppelt wir müssen schnell sein was wie noch schnell als schnell wie soll das denn gehen wir müssen geduld haben so jetzt schnell kommt jetzt hier ein gurkenaufzug oder okay das war vielleicht ein bisschen zu bravo du hast alle sterne eingesammelt zur ballon bekommst du ich habe es geschafft ja aber doch ganz schön gefährlich teilweise aber wir haben es geschafft sehr schön und zurück zum markt aufwachen bitte genug geträumt auftrag abgeschlossen ich schaue mich noch mal in dieser lücke hier um der verletzten wie verrückt gut käse 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 ja weil das geht nicht ja dann machen wir jetzt weiter wahrscheinlich vielleicht doch mit dem gabelstapler hier also gucken wir mal eine sicherung eine sicherung wozu das denn ich muss den gabelstapler starten okay wird gemacht eine sicherung äh äh ok wir waren überall aber jetzt ist sie erst wahrscheinlich aufgetaucht nur wo ach jetzt können wir es ah ok alles klar jetzt können wir einfach da ist die sicherung ok kein sternchen eine sicherung ok schade ok hat es ist ok Auftrag abgeschlossen. Die Sicherung bringen war jetzt nicht so schwer. Also weiter geht's. Sicherung hat er jetzt. Starte den Gabelstapler. Wohl nee, da ist ja... Ach nee, schade. Ich habe mich schon gefreut. Auch hier habe ich noch nicht geguckt. Sternchen. Wo ist nochmal jetzt der Kumpel? Da dann. Da dann nicht. Der war doch oben jetzt. Dort oben? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber der Fisch ist nicht. Oder doch? Ich kann aber ja auch eigentlich schnappen, Mann. Ja, genau. Hier habe ich auch noch nicht geguckt. Aber leider keine Sterne da. Und fort mit dir, du kleiner Lutscher. Nein, 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 nein. Das ist angezeigt. Äh, okay, wir können hier runter. Es wird angezeigt, dass wir hier komplett zurück müssen. Mal schauen, ob das wirklich stimmt. Ja, das stimmt. Hier ist es. Hey, Remy, bist du bereit für noch mehr Spaß? Du musst auf dem Markt ein paar Lebensmittel verschieben, damit wir sie später holen können. Da gibt es aber keine Hunde, oder? Nein, nein, nein. Keine Hunde. Aber Menschen. Also gib acht. Klingt nach einer einfachen Aufgabe. Zum Glück gibt es da keine Hunde. Da war ich schon überall. Okay, erstmal den Schinken. Den preisgekrönten Schinken. Dann den Kuchen. Den hatten wir auch schon. Das ist okay. Zum Schinken komme ich hier hoch. Das weiß ich. Aber was heißt hier abschießen? Mit. Da ist der Schinken, natürlich. Wie soll ich den abschießen? Wenn wir da hoch hüpfen. Ja, dann müssen wir doch einen anderen Weg nehmen. Hier. Runterrutschen, okay, ja. Wir müssen mehr. Wir müssen mehr. Ja, da haben wir es doch. Okay, das, ich glaube, das reicht noch. Also mehr müssen wir nicht machen. Das ist okay, so. Das ist abgehängt. Und weiter jetzt zum Kuchen. Beim Kuchen weiß ich es auch. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Nee, nee, wirklich. Ich sollte eher mehr aufpassen und nicht so wild rumrennen, ohne zu überlegen. Ja, komm hoch, ja. So, nochmal, komm. Jetzt konzentriere dich. So. Okay. Was soll ich sagen? Käse, ja. Käse, ja. Und Tatsache ist, irgendwo habe ich Sternchen übersehen. Wo? Wo? So, jetzt brauchen wir nur den Fisch. Und gut ist, den frischen Fisch. Da. Da. Ich glaube es. Nö. Also da ist ein Stern. Wer? Ja. Dann habe ich 99. Wo ist Nummer 100? Wo ist Nummer 100? Wo ist Nummer 100? Wo ist Nummer 100? Ach, hei. Wo ist Nummer 100? Warum waren hier nicht zwei? Äh. Ach. Ja. Und wenn wir da drauf hüpfen, habe ich da irgendeinen Weg nicht, äh, gesehen? Alles klar, Maestro. Nein. Das war hier für, für die, ähm, See-Igeln. So, hier. Mit der Angel? Nee, auf die Waage auch nicht. Hm. Ach, Sternilein, wo bist du? Wo versteckst du dich? Der letzte Stern. Hm. So, hier müssen wir weiter, das ist mir schon bewusst. Ach, Menno. Sternchen, wo bist du? Boom, Baby. Ja, Boom, schon. Ja, richtig. Hier gibt's, äh, hier gab's, klar, hier gab's die Sternchen. Vielleicht hier? Nee. Boom, Baby. Da ordentlich gerommst. Boom, Baby. Einfach. Nee, Ngācā Boö. Oh. Sie zerst pointer. Nieмов. Alright. Ich geh mal auf den Khaus! Nie bow. Wir sind weg, sch другойPor. Dann komme ich zuschätestens setzen. Aber ich geh mal. Hier jaosas. Bis jetzt lief es wirklich sehr, sehr gut. Jetzt fehlt mir nur noch ein Stern. Ich glaub's nicht. Auf der Waage ist er auch nicht. Und hier oben sehe ich ebenfalls nichts. Hm. Ja gut. Aber die Kassen sind drauf. Nee. Also Kasse. Das sind ja... Ist ja nur eine. Nee. Ja. Aber das... Okay, okay. Aber das haben wir. Schmerzlarven. Oh. Na gut. Gehen wir weiter zum Fisch. Ich? Angst vor Höhe? Natürlich nicht. Nein, aber... Nein. Ich bin ENGPEL. Gehen wir weiterm串. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin Mariet. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Auftrag abgeschlossen. Meine lieben Gaming-Freunde, hier machen wir ein Päuschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und au revoir.